Jedes Produkt ist so gut wie seine Rohstoffe. Darum verarbeiten wir für unsere Backwaren nur die besten Zutaten und davon jede Menge. Pro Monat sind das 400 Tonnen Mehl, 15 Tonnen Zucker, 7 Tonnen Salz, 25 Tonnen Butter, 13 Tonnen Marmelade, 10 Tonnen Sonnenblumen und Kürbiskerne, 3000 Kilo Tomaten, 5000 Kilo Käse, 21 Tonnen Eier und vieles Mehl. Um diese Zahlen begreifbar zu machen, ein kleiner Vergleich. Im Monat verarbeiten wir 400 Tonnen Mehl. Das ist fast doppelt so viel wie das Gewicht der amerikanischen Freiheitsstatue. Diese zarte Dame wiegt nur schlanke 225 Tonnen.